Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Und heute gibt es mal wieder einen Fooddraft, denn das hat übertrieben Bock gemacht, letztes Mal so eine Challenge zu machen. Ich hatte bei der Aufnahme richtig viel Spaß und ihr habt das Ganze auch gefeiert. Deswegen haben wir heute die Challenge, dass wir einen Fooddraft bauen, aber immer nur die Kartentypen sehen. Wir sehen nicht, bei welchem Verein die Spieler spielen, aus welchem Land sie kommen, was für ein Rating sie haben. Und alles ist abgedeckt. Nur der Kartentypen. Ob es ein Icon ist, eine normale Goldkarte, ein Rule Break, eine Winter Wildcard oder ein Tots, das erkennen wir. Es ist eine sehr coole Challenge, die habt ihr euch auch gewünscht lassen. Daumen nach oben für die Drafts da. Ich finde die echt übertrieben nice. Okay, dann können wir auch schon reingehen in das Draft. Ihr meintet auch, ich soll ein paar mehr Matches machen. Letztes Mal haben wir eine Partie mit dem Team gespielt. Ich dachte, das reicht. Aber irgendwie war der andere Top-Comment, dass ich alle Matches durchzocken soll. Dementsprechend, ja, werden wir das heute auch mal angehen. Mit der zurückgezogenen 4-4-2. Damit kann man arbeiten. Wir machen die Blockade drüber. Und einen Hero haben wir. Eine Goldkarte. Einen Adidas-Number-Up. Einen Rule Breaker. Und noch eine Goldkarte. Also das hier. Wow, da gab es ein paar gute Spiele. Das ist vielleicht die Maria oder so. Rule Breaker könnte Dembélé sein. Und der Hero ist auf jeden Fall kein cooler Hero. Kein Captain-Hero. Das sieht man ja am Kartentyp schon. Der catcht mich also nicht so. Normale Goldkarten. Boah, da sind auch manchmal echt nicht so krasse. Deswegen, ich würde tatsächlich mit dem Adidas-Numbers abgehen. Weil die inzwischen ein neues Upgrade bekommen haben. Alle eigentlich relativ nice aussehen. Und wenn das Joao oder die Maria ist, haben wir sogar einen 5-Sterne-Skiller. Und es ist Achel. Die Maria. 99 Temporter inzwischen. Ja, Mann. Wenn ich mir die Karte angucke, dann gefällt mir die auf jeden Fall auf der rechten Seite. Der Bruder wird mitgenommen. Und wir kommen zur nächsten Auswahl. Ich hoffe, wir sind wieder ein paar freshe Spieler mit dabei. Alles verschiedene Sachen. Tots, Food Fantasy, Adidas-Numbers-Up, Future Star und Europa-League-Karten. Boah. Ja, jetzt wäre interessant zu wissen, wer irgendwie aus der französischen Liga kommt. Ein französisches Liga-Tots kam noch nicht. Also, der wird nicht aus der französischen Liga kommen. Das ist, glaube ich, ein Neuhaus, oder? Ich glaube, der war der einzige ZDM-Kartner sein in der Promo. Ein Future Star. Der könnte aus der französischen Liga sein. Aber er könnte auch nicht. Also, wir wissen es ja nicht. Aber ich nehme den Future Star mit. Oh mein Gott. Ich wusste, dass das die Promo ist, wo die Chance am größten ist. Oh mein Gott. Okay, das ist nice. Das ist übertrieben nice. Und dann gehen wir auf den Stürmer. Gucken, was hier so geht. Juhu. Ein Rare zwischen den ganzen Non-Rards. Ja, dann nehme ich den Bruder mit. Castillo. Was ist das denn für eine Kampfauswahl? Ich hoffe, der andere Stürmer wird besser. Icon oder so. Ist das der Man of the Match oder was hier am Anfang? Hä? Lokal gerade eine Man of the Match-Karte. Ich weiß nicht, welcher Stürmer sonst. Winter Wildcard. Wegen Absam Sturm. Alessandrini zum Beispiel. Er ist zumindest Franzose. Aber wie soll man den sonst linken? Bei den In-Forms ist vielleicht ein Mbappé dabei. Aber es gibt halt auch 10 Millionen andere In-Forms. Ich nehme die Winter Wildcard mit. Oh, Glück. Oh. Oh. Die Baller gibt es noch als Man of the Match. Auburn Immobile. Boah, Tarimi ist ja ehrlich jetzt kein so fresher Pick. Iran und Portugiesische Liga. Ist so schwer da irgendwelche Links zu kriegen. Aber wir schauen einfach mal weiter. Nächste Position. Komm. Wo bleibt die Icon? Ganz viele In-Forms und ein Wants to Watch. Im linken Mittelfeld gibt es aber auch keine guten Wants to Watch-Karten, oder? Mir fällt nur dieser eine Spanier ein aus der Premier League. Ja, In-Forms. Okay, auf die Chemistry-Styles können wir jetzt auch nicht achten, weil die A gibt da Spieler, weiß ich nicht, die schnell sind irgendwie defensive Chemistry-Styles und so. Irgendwas, was gar keinen Sinn macht. Deswegen nehme ich einfach den hier auf random. Grifo. Boah, das ist sogar genau der, den ich gedacht habe aus der Premier League. Aber der hätte halt gar nichts gebracht. Grifo bringt aber auch absolut gar nichts. Also, der hier wäre sogar vielleicht noch am coolsten gewesen. Ganz ehrlich. Aber wir haben ja schon einen Orangenen Link. Ist ja schon mal besser als nix. Ne. Ne. Nur in Forms. Ich nehme diesmal den Ersten. Was ist das denn? Dorsch. Yeah. No mehr Bundesliga. Gib ihm. Ein schöner Orangener. Nehmen wir mit. Rechtsverteidiger-Position. Jetzt einfach ein Totti. Dann wissen wir Bescheid. Das ist safe Hakimi. Der wird auch gut kommen. Okay. Hier sieht man einfach, dass es Alexa, also dass es Trent ist. Wie kann er so einen langen Namen haben, dass der links und rechts rausguckt und dann noch sich bewegt? Dass man den Fass komplett lesen kann. Das ist ja geisteskrank. Darunter habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sich diese Overlays erstellt. Dass der über das Overlay rüberkommt. Wie schlecht einfach. Ja, der könnte aus der niederländischen Liga sein. Das ist halt absolutes K.O.-Kriterium. Das macht keinen Sinn. Vielleicht bei den In-Forms. Vielleicht ist da einer Teil dabei oder so. Das wäre doch der Sinnvollste. Wer ist er denn? Rechtsverteidiger. Animierte Karte. Wer war denn das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich nehme den hier und ich hoffe, der ist aus der französischen. Nein. Hier ist aber okay, hier ist keiner aus der französischen. Cuadrado. Oh, Walker hatte die Karte da bekommen. Das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Aber keiner hätte geholfen. Alles gut. Alles gut. Jetzt haben wir auch noch Serie A drin. Es ist so schwer, hier irgendwie auf Chemie zu kommen. Es ist überhaupt schwer, die besten Spieler aus jeder Auswahl zu nehmen. Weil man halt gar keinen Plan hat. Junge, was... Ne, weiß ich nicht, welche Karten bei der Promo der In-Verteidigung kamen, ehrlich zu sein. Ich nehme den Bruder hier. Oder? Ich nehme den Bruder. Keine Ahnung. Rüdiger. Deutsch. Uh. Den können wir rüberschieben zu Dorsch. Und das werden wir auch gleich tun, wenn wir den anderen in den Verteidiger haben. Gib mal ein Icon, bitte. Was ist das? Kim Pembe? Der hatte so eine Karte. Dann haben wir einen Food Birthday. Die in der Verteidigung hatten auch ein paar Pule. Adidas Numbers ab. Okay. Und, äh, das ist doch Safety mit Carlos hier, oder? Wen gab es sonst bei dem Event da? Haaa. Ich muss an die Ligen denken. Warte mal, Kim Pembe. Wenn das wirklich Kim Pembe ist, müssen wir ihn nehmen. Bitte. Ey. Ist aber auch nicht schlecht. Ist aber wirklich... Haaa. Also, das ist zumindest der Frankreich-Link. Der Tony Bull wäre halt besser gewesen, aber... Ey, man kann es halt einfach nicht wissen. Aber wir haben diesen Link zumindest. Left-Back. Oh, Rule Breaker Davis, bitte. Es ist ein Rule Breaker. Wir haben echt einen Rule Breaker. Aber als ob es Davis ist. Das wäre so big, ne? Wir müssen darauf gehen. Wir müssen auf den Rule Breaker gehen. Food Birthday. Nee, das ist schon die größte Chance, dass der aus der Bundesliga ist. Let's go! Sogar gecallt, bevor die Auswahl kam. Genau ihn wollte ich haben. Genau er ist gekommen. Davis. Ehre. Große Ehre. Er kommt rein in die Mannschaft. Jetzt müssen wir uns das hier echt nochmal genauer überlegen. Mal gucken. Neuer hat einen Tots. Also, wenn hier ein Tots-Keeper kommt, kann es neuer sein. So, okay. Das ist entweder ein Dudek oder dieser Ocampos. Oder wie der heißt. Dieser. Die bringen beide nix. Ich nehme irgendeinen Keeper. Wer? Vielleicht ist einer Deutsch. Der hier? Eventuell. Okay. Scheiße. Ich glaube, irgendjemand denkt, die schummelt. Oder so. Hä? What the fuck? Das war ja richtig lucky. Das war ja richtig lucky. Okay. Das ist krass. Nehmen wir weiter. Wir haben überhaupt einen Tots. Haben wir diesen ZDM. Nein, wen gab es hier noch? Joao gab es hier noch. Aber die meisten haben was ab. Karten waren nicht so geil. Rule Breaker. Das ist oft dem Belä, wenn Rule Breaker aufplockt. Ich nehme den Tots, weil das halt auch bundesliga Tots ist inzwischen draußen. Die Chance ist groß. No. Mitchell. Scheiße. Nicht so lecker. Wo ist mein Icon? Oh, zwei. Nein. Wahrscheinlich ist einer offensiv, einer defensiv. Was will ich überhaupt? Digga, meine beiden Stürmer. Ich brauche einen offensiven. Ich nehme den hier. Nein. Nein. Um Gottes Willen. Um Gottes. Nein. Warte mal. Nein. Nein. Ich Idiot. Man konnte. Warte mal. Ich muss das nochmal rauf machen. Nein. Man konnte wirklich sehen, dass der links eine Moments ist. Nein. Nein. Ich dachte, es wären beides Icon Moments. Oh mein Gott. Das war richtig retardet von mir. Hätte ich gesehen, dass der links eine Moments ist, der rechts nicht. Hätte ich saved den Moments genommen. Dann wäre es auch noch Ronaldinho gewesen. Wie geil wäre das? Aber ich habe... Ich... Ach, du Scheiße. Digo. Oh mein Gott. Ronaldinho hat auch perfekt reingepasst. Grifo musste ich jetzt nicht unbedingt spielen. Ah, wie schlecht, Digga. Wie schlecht von mir. Dafür jetzt ein bisschen Konzentration bei Tots. Man weiß eh nicht, es sind alle Positionen von Keeper bis Busfahrer zu Trainer. So, keine Ahnung. Ich nehme den, weil vielleicht das Bundesliga. Oh, es ist Bundesliga. Also, ich meinte noch, Adidas Namasab ist auf Joao und Will Breaker ist auf Dembélé. Und jetzt ist es halt wirklich die, also man sieht, ich habe keine Scheiße geladen. Warte mal. Das ist Big. Ja, Rechtsverteidiger. Wobei, der ist auch auf 7. Hey, wir müssen doch nur die beiden Stürmer jetzt austauschen gegen Leute, die gerade auslaufen können. Und da ist doch alles gut. Dann ist doch alles gut. Oh, no. Okay, ja, klar nehme ich den Inform, wenn hier nur drei Non-Res, Ein-Round in Form ist. Hey, warte mal. Aber Bundesliga und schnell, dann fühle ich jetzt nicht so schlecht. Fühle ich jetzt nicht so schlecht. So. Vielleicht haben wir nur noch die Bank. Ein Hero. Aber ist kein guter Hero. Sieht man ja, dass es noch ist. Wobei, es könnte so ein Ginola sein oder die Natale. Die werden beide nicht reinpassen. Dann scheiß so. Ich nehme den Rule Breaker, vielleicht passt der rein. Ricken. Oh. No. Schlechter Call von mir. Aber ich brauche nur zwei andere Stürmer. Solange die Leute alle auf sechs, sieben Chemie spielen, ist alles gut. Das ist die Position. Da muss was kommen jetzt. Boah, was ist das denn? Was ist das denn? Conference League. Ne, da ist nichts aus der Bundesliga. Der hat vielleicht bei den Informs. Ich nehme den. Bitte. Ein Keeper aus der MLS. Ja, das ist ganz big. Das ist ja ganz big. Ne, Mann. Womit müssen wir hier denn antreten? Kommt schon, ein Stürmer. Oh, mein Gott. Ich werde auf den Stürmer in Position so auseinandergepflückt. Das ist nicht feierbar. Ich nehme die so einen vorderen in Form. Was soll ich tun? Letzt mal Realtalk. Was soll ich tun? Ja, es macht alles vorne und hinten keinen Sinn, ne? Wir haben nicht mal fünf Sterne-Skillern. Wir haben gar nichts. Letztes Mal sah das Team richtig nice aus. Aber wenn man nur den Kartentyp sieht. Und wenn auch nur Informs kommen. Ja, ich nehme den in der Mitte. Ja, wow. Bundesliga. Ja, 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 ja. Aber den habe ich ja schon. Keine Ahnung. Das ist recht. Mit der Abwehr bin ich zufrieden, ne? Und das Ding ist, wir kriegen halt jetzt auch eigentlich nur noch defensive. Man of the Match. Oh, weg. Wer ist denn? Man of the Match. Das sind so Karten. Die benutzt ihr keinen. Mensch. Die jucken einen halt gar nicht. Deswegen. Ich nehme den einfach mal. Oh, mein Gott. Delgier aus der belgischen Liga. Ich muss komplett groß. Jetzt kriege ich noch Verteidiger. Okay, vielleicht kriege ich den Rechtshotel. Vielleicht noch Hakimi. Vielleicht noch ein Totti. Das wäre großartig. Nein. Das ist Europa League. Wer ist denn aus der Europa League gekommen? Mit einem Winter Wildcard. Ich nehme Europa League. Amavi. Let's go. Ein Linksverteidiger? Das ist ja nicht Rechtsverteidiger. Egal. Bring trotzdem ein gutes Plus. Bring trotzdem ein gutes Plus. Ey, keinem Quodradu Bein als Stürmer spielen. Der macht mit seinen 5-Sterne-Skills wahrscheinlich mehr Arbeit da vorne. Ja, ich werde die Maria wahrscheinlich einwechseln. Immerhin haben wir den auf der Bank. Geben wir jetzt noch was Krasses. Hatten wir noch gar nicht eine Freeze-Karte. Könnte Schulz oder so sein. Kein Plan. Wir gehen mal rein. Ein Babu. Er bringt jetzt für Startelf gar nichts. Aber alles gut. Und der letzte Spieler-Ersatz-Keeper ist auch eigentlich egal. Kann man von den Non-Drive einfach, wenn wir es können. Wow, man. Okay, nice. Ey, warte mal. Ey, oh mein Gott. Aber geht nicht. Ehrlich. Ich muss nicht. Also, scheiß auf die Schimmie. Ehrlich. Das ist von der Qualität her einfach so ein großer Unterschied zwischen den beiden. Dass man da schon per Stegen im Tor benutzen muss. Ach, kurz Real Talk. Wie schwer ist es, wenn man nur die Kartentypen sieht, irgendwas Gutes zusammenzubauen. Also, das ist ja eine Katastrophe. Das ist ja das schlechteste Draft, was ich, glaube ich, jemals so vom Team her hatte. Ja, wir können die Maria einwechseln. Das war es doch schon für die Offensive so. Oh mein Gott. Wie soll damit irgendwas gehen? Eigentlich unmöglich. Also, ja. Schön, dass ihr euch gewünscht habt, dass ich mehr Spiele zeige. Aber also, mit dem Team kann man auch in der ersten Runde direkt fliegen. Sage ich ehrlich. Aber wir gehen einfach mal rein. Wir werfen nochmal einen Blick auf unsere Draft-Übersicht. Sieht zu gut aus. Baba Team haben wir gebaut. Ach, du Scheiße, Mann. Der erste Gegner ist am Start. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sein Team finde ich auch nicht nice. Also, er hat ja alles wahrscheinlich gesehen beim Team Bauen. Und ich finde jetzt eins nicht viel krasser als unseres. Also, dagegen spiele ich gerne. Oh, 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 oh. Das war ja mal ein Standard-Pass von ihm. Der Mann will hinten liegen. Also nicht. Keeper hat Kacke gemacht. Die Maria. Oh mein Gott. Was? Wie blockt der den? Das ist der geisteskrankeste Block, den jemals ein Spieler gemacht hat. Oh, haha. Bro, hä? Bin ich ein scheiß Hütchen, oder was? Was ist denn? Hä? Die ist einfach. Come on. Ach, die Maria. Habt ihr das gesehen gerade? Er ist bei 1-1 rausgegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei 1-1? Er ist zu krank, diese FIFA-Community. Sie ist einfach zu krank. Sie ist zu krank. Ach, Mann. Bitte, ich muss groß. Okay. Ja. Wir starten wieder mit dem ersten Game. Sinnlos. Sinnlos. Der. Ach, ey. Check das nicht. Check das einfach nicht. So. Also, den hätten wir auf jeden Fall gepackt. Bitte einfach. Bitte. Er hat gar nicht gegönnt. Okay. Dass er neue Gegner hat. 3 Non-Wares. Was ist das denn? Wie schlecht sind denn die Draft-Teamer momentan kriegt? Hä? Ist ja richtig geil. Dann ist unser Team vielleicht gar nicht mal so kacke, wenn jeder so ein Team hat. No. Ja. 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 Jo. Nochmal Jo. Und 1-0 auf jeden Fall. Ja. Ja. Figo macht seinen Job da. Lauf, Figo. Lauf, Bruder. Lauf. Figo. Warum stolperst du da so? Davis. Ab dafür. Achel Di Maria. Junge, was hat der für ein Antritt? Guck mal, Davis an. Wir mitrennen. Mit wie viel Tempo? Alfonso. Geisteskranke Aktion von ihm. Davis. My man. Da ist Davis wieder. Habe ich eigentlich schon irgendwo erwähnt, dass ich die letzten Tage mit Davis ein Video zusammen aufgenommen habe. Mit FIFA-Match gegeneinander. Zocken. Uh, der ist nicht drin. Währenddessen FaceTime, ein bisschen labern. Ich konnte ihn fragen. Er war so cool drauf, ne? Ja. Aber ich weiß noch nicht, wann das Video online geht. Irgendwann. Irgendwann. Gegner quittet. Hau rein, Bruder. Und für uns geht es in die nächste Runde. Nice. Der nächste Gegner ist da. Sein Team sieht schon ganz fresh aus. Ibra, Suarez, Lorente da vorne. Das ist schon ein wildes Trio. Muss man ihm lassen. Aber nicht alle Spieler in seinem Team sind fresh. Sternabze. Das wäre schade. Das wäre sehr schade, weil dann liegen wir hinten. Komm schon. Lauf, Figo. Lauf. Bisschen Körper, bisschen alles. Ja. Ah, Figo. I. Rein damit. Komm schon. Nochmal nach außen. Ah, nicht easy hier. Cuadrado. Digga, wo? Wo rennt Figo hin? Warum rennt er da ins Abseits? Das wäre so eine gute Chance. Mein Tor wäre jetzt sehr, sehr eklig. Muss nicht sein. Aber Ibra macht das. Geil. Zwei Schüsse, zwei Tore. Also, das war halt ernst gemeint, ne? Mit zweiter Schuss, zweites Tor. Also, ich sage nicht, dass ich führen muss. Aber, dass ich 0-2 hinten liege, ist ehrlich unnötig. Und, ja, keine Ahnung. Warum halten meine Keeper nie irgendwas? Was ist das für ein Spiel, Digga? Hm. Vielleicht eine Chance. Cuadrado. Ja, aber es ist ein bisschen spät. Come on, guys. Nice. Oh, mein Gott. Digga war Weltklasse von ihm. Ein bisschen Glück gehabt hier. Erst mal raus. Dann rein. Die Mario. Ich glaube, mein Team checkt, dass wir alle nach vorne müssen. Nicht ins Ausrennen. Im Rückraum ist einer. Oh, wir haben viel zu wenig Leute hier, leider. Viel zu wenig Leute. Aber, oh, wir haben die Maria. Das wäre es noch gewesen, wenn der Pass angekommen ist. Letzter Angriff. Cuadrado nochmal. Sobald der Ball im Aus ist, ist es vorbei. Oh, das habe ich niemals so gewollt. Ich wollte einfach nur die Ballrolle machen. Oh, GG. Wir sind nochmal gut rangekommen. Aber nach 0-3 ist es natürlich auch schwer. Ja, GG war kein schlechter Gegner. Schade. Zweite Runde draußen. Aber das erlebe ich hier. Nice. Ich bin sehr gespannt, was wir für Packs kriegen hier. Für einen Sieg beim Draft. Wir bekommen ein Goldpack, ein Premium-Goldpack und ein Silberpack. Vielleicht ist da ja was drin. Ja, ich sage ehrlich, also für die Leistung, einen Sieg da im Draft zu holen, hat man jetzt noch nicht verdient, was Gutes zu ziehen. Aber das wäre irgendwie typisch, wenn wir bei den ganzen Draftsiegen sonst nie was Gutes gezogen haben. Und jetzt was Krankes kriegen würden, aber eher nicht. War trotzdem eine geile Challenge, ehrlich. Hat richtig Bock gemacht mit den Kartentypen. Auch wenn am Ende kein so stabiles Team bei rumgekommen ist und es echt schwer war, mit dem Team irgendwie groß was zu machen. War ja auch so ein bisschen Sinn der Sache, ne? Soll ja auch nicht zu leicht sein. So, let's pack it off. Wir haben schwer eine Goldene Rare-Karte gezogen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Das war's halt von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. 10.000 Likes für die Drop-Challenges wären sehr, sehr, sehr fresh. Schreibt gerne weitere Ideen in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und das war's. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.